hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge subnautica wir sind nur noch 500 meter von den landeplatz entfernt schützt licht an jetzt ist lichter ja wir sind zwar jetzt an der insel aber schön das stoppen booster ist hier ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mayday! Aurora, Treffpunkt, trockenes Land. Okay. Da würde ich jetzt, da würde ich dann als nächstes hinfahren. Okay. 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 Hätte ich mich gar nicht so beeilen brauchen, gell? Ja. Scheiße. Jetzt stehen wir halt ja da. Und... Ja. 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 Schade eigentlich. Ja. Und da kann ich mein Mikrofon mal ein bisschen drehen. So, dass ich... Ja. Okay. Ich würde sagen, gehen wir noch mal kurz tauchen hier. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal. Ja. Nein. Ja. 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 Vielen Dank. Es gibt auf jeden Fall Gärsäcke und feindliche Wesen. Ja, müssen wir mal gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, mit denen können wir bis auf 300 Meter runtergehen. Aber da müssen wir mal gucken, ob ich da vielleicht noch Modifikationen habe. Wir haben natürlich keine Flüssigkeiten mitgenommen. Schade. Wir sind aus der Kontrolle. Wie geil. Bop. 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 Ja Die das mal noch weg So wir haben wieder volle flüssigkeit kommt was haben wir ja drinnen was soll man hier aus generell um sich Überträgt selber und dort mann die sichtfeldanzeige okay So noch vier minuten und wir kommen ja weg Brauchen einen erhöhten platz und da war der andere berg höher Mayday Mayday Geht das relativ ziemlich zügig hier voran Ja und dann fahren wir da noch da drüber Aurora Treffpunkt trockenes land Landeplatz das sind wir doch nehmen müssen wir doch richtig sein oder Wartet mal kurz einstellungen tastatur Kommunika kommunikation wir machen die an Werkzeug zweitfunktion steck platz steck platz Nächste Röntik Dekonstruieren PDA Der Tast ist spring Sicht umkehren Achso Akzent ist zum wechseln Foto machen ff Nachladen Oh ok Ich hätte jetzt eigentlich gedacht dass da irgendwas so vorhanden ist dass man hier mal sagen kann okay Aber, Nö Vielen Dank. Ah, den haben wir entdeckt. Den hat man noch gar nicht. Den käme ich schon. Ah, warten wir mal kurz auf die Aurora. Aber Aurora Treffpunkt, Aurora war doch das große Schiff, oder? Ich habe das ehrlich gesagt, habe ich das so lange auch nicht mehr gespielt. Jetzt noch mal einen Knollenbaum. Okay. 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 Das war meine Rettung. Nein. Okay. 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 でき Nein. Alter. 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 Ja. WELCOME ABOARD, CAPTAIN. Mal das Ding erstmal wieder reparieren hier. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ja. Warum sind die Kameras eigentlich? Ich kann mal eins und zwei eigentlich da drüben... Da ist die Seemotte, da ist der Krebs... Ich kann mal eins und zwei eigentlich da drüben... Okay, also die Kameras sind... Alter, ist das Ding laut! Alter! Ich muss mal ein bisschen leiser machen hier... Wir fliegen gerade die Ohren weg! Ja. Ja. Was mich interessiert... Hat er die Helligkeit da... Zurückgesetzt gehabt oder so? So. Ah. Ah. Gepökelter. Blasenfisch. Okay. Tod verfault. Pörscherzahn. Was machen die hier drinnen? Ja. Gehört ja zum... Fisch. Also wieder rein. Okay. Ja. Ja. Gut. So. Wir kommen erst mal hier jetzt nicht weg. Ähm. Auf jeden Fall mal gucken, dass ich das jetzt demnächst... Äh. Beende. Ja. Gut. Können wir erst mal so stehen lassen. Alles klar, Freunde. wieder. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder... weiter. Bei Sonnautica. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.